So, und das ist Schäferhund Rex. Rex ist etwa fünf Jahre alt, ein schwarzer, reinrassiger Schäferhund und sein Herrchen ist verstorben. Das ist eigentlich wirklich ein armer Tropf. Er lebt jetzt im Moment gerade beim Sohn, da kann er aber nicht bleiben und deshalb suchen wir jetzt eine neue Familie. Rex ist jetzt gerade beim Hundetrainer, also es wird schon ein bisschen gearbeitet, dass er ein paar Kommandos lernt. Er ist freundlich, mit anderen Hunden hat er es nicht so, also an der Leine geht es, aber er möchte jetzt Einzelhund sein zu Hause. Wir suchen möglichst eine Familie mit Haus und Grundstück, wo er so richtig Schäferhund sein darf. Also Schäferhund Rex sucht ein neues Zuhause.